Drei krasse Küchenbau-Hacks! Wir starten mit dem wichtigsten Gerät in der Küche, dem Kühlschrank. Mit Redstone vereinen wir eine Quarztrippe mit einem Rüstungsständer. Das sieht erstmal komisch aus, ergibt aber am Ende Sinn. Wir befüllen einen Werfer mit Essen und einen weiteren platzieren wir im Boden und befüllen ihn mit Eiswürfeln. Als nächstes kommt ein kompliziertes Banner-Design, um die Fächer des Kühlschranks darzustellen. Wir platzieren es und fertig ist unser funktionierender Kühlschrank. Unser zweites Gerät ist ein Toaster. Wir brauchen einen Werfer mit Brot und einen weiteren, mit dem wir einen Rüstungsständer in der Theke platzieren. Darauf kommt nun ein Skelettschädel und ein Rahmen, in den wir einen Drachenkopf legen. Ein weiterer Hebel und der Toaster ist fertig. Als nächstes haben wir einen richtig coolen Ofen. Den fahren wir aus Trichterlohren, die wir dann droppen. Darunter platzieren wir jetzt Lagerfeuer für den Rauch und verschließen das Ganze. Und oben kommen jetzt noch Trichter als Dunstabzug hin. Tada! Wie gefällt euch unsere Küche?